Und dann, wenn du dann noch Zeit hast, dann guckst du, ob du vielleicht noch irgendeinen schönen Schuss findest, zum Beispiel hier durch die Blume durch oder so von unten hoch. Okay. Okay. Gut. Was war die Schwierigkeit? Ich musste erstmal hinlaufen, da muss ich mir erstmal überlegen, weil er ja immer was anderes macht. Und dann muss man immer so voll umschalten, weil auf einmal hat er plötzlich geraucht und irgendwie sowas, aber nee, war ganz lustig. Das heißt, du musstest dir im Prinzip, war es schon zu spät, als du angesetzt hast, du hättest dir vorher schon überlegen müssen, was ich genau direkt vorher das, 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 das und hättest es dann abarbeiten müssen, ne? Ja, natürlich. Alles, was man hier lernt, bringt einem ja was. und macht ja auch Spaß. Also ich bin mir sicher, dass ich da was gelernt habe. Ich habe in der Schublade verschiedene Bindes gemacht. Und die ganzen. Nehmen wir mal zwei Bänder. Wir nehmen diesen diesen Sieg an. Okay. Nehmen wir mal. Jetzt haben wir ja. Ja. Mir hat es auch total Spaß gemacht, weil ich es immer toll finde, wenn junge Leute sich für sowas interessieren und dass ich denen dann halt ein bisschen was, ja, was nahe bringen kann von meinem Beruf, den ich ja schon seit 16 Jahren mache und ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere dann vielleicht eine neue Kollegin von morgen sein wird. Ja. 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 Na augrin pummel.